Checkt es! Hey, machst du mit beim Wettbewerb? Die Auflösung vom letzten Mal heisst Nebel. Das sind die Gewinner vom letzten Wettbewerb. Und das ist unser neues Rätsel. Es ist dünn und lang. Manchmal aber auch kurz. Es ist aus Metall. Es ist zacklig. Es ist nicht nur aus, es sind meistens auch Stoff dran. Es ist nur eine Art Stoffband. Man hat selber Kleider. Es hat es manchmal auch im Schulsack. Es gibt manchmal ganz längere und etwas kürzere. Wenn du die richtige Lösung weisst, kannst du ein Wochenende für die ganze Familie im Parkhotel Waldhaus, das Flims Waldhaus gewinnen. Deine Postkarte oder deine E-Mail schickst bis am nächsten Mittwoch an diese Adresse. Viel Glück! Hanshase! Spannung und Action bei Junior mit Mickys Adventures Fruit Drink. Letztes Mal in